Es ist ein feierlicher Abschied aus dem alten Stadion werden. Man freut sich auf die neue Volkswagen Arena in drei Wochen. Tobias Rau mit einem Zuckerpass auf Rolf Präger. Der war für Petrov in der Anfangself amateurhaft dagegen das Abwehrverhalten der Dortmunder. Nach dem Pass von Robson Ponte ist der Abschluss für Diego Klimowitz in der 19. Minute reine Formsache. Wer weiß aber, wie das Spiel verlaufen wäre, wenn dieses Tor von Christoph Metzelder in der 41. Minute gezählt hätte. Bei dieser Schiedsrichterentscheidung hätte der vierte Mann im Team wohl auch nichts genützt. Im Moment der Ballabgabe steht Metzelder aus dieser Perspektive nicht im Abseits. So ging es mit 1 zu 0 für Wolfsburg in die Halbzeit. Und nur knappe zehn Minuten zeigten sich die Dortmunder nach dem Seitenwechsel kämpferisch. Dann schlugen die Wolfsburger wieder zu. Wieder hieß der Torschütze Diego Klimowitz. Mit einem 2 zu 0 Sieg verabschieden sich die Wolfsburger aus dem alten Stadion.